Grüß euch, ich bin Andi Michel, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, bin auch ausgebildet als Rettungssanitäterin und Krankenpflegehelferin. Ich möchte euch danken im Namen aller für eure Aktion. Ihr habt Mut bewiesen, ihr habt Rückgrat bewiesen, ihr habt Stärke gezeigt, ihr habt Charakter gezeigt, ihr habt euch weit aus dem Fenster gelehnt, euer Gesicht gezeigt und eure Stimme erhoben. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ihr habt Größe gezeigt und es braucht eure Aktion, denn ihr seid prominent, ihr seid sowieso ganz anders im Fokus der Öffentlichkeit. Ihr erreicht Millionen Menschen mehr als manch anderer, der unbekannt ist. Deswegen danke, danke, danke und weiter so. Wir brauchen noch mehr so Aktion. Zusammenhalt, das ist das Schlagwort.